Deutsch in der Pflege, Herz-Kreislauf-System, Wortschatz und Beispielsätze. Das Herz Der Aufbau des Herzens Rechter Vorhof Linke Vorhof Die Vorhöfe sorgen für die Weitergabe des Blutes An die Herzkammer Rechte Herzkammer Linke Herzkammer Beide Herzkammern pumpen das Blut in den Körper- und Lungenkreislauf ein. Die Blutgefäße Die Blutgefäße transportieren Blut durch den ganzen Körper. Die Blutgefäße Einteilung Arterien Transportieren Blut vom Herzen weg. Blutkapillaren Sorgen für Gas- und Stoffaustausch. Winnen Transportieren Blut zum Herzen. Das Blut Ein erwachsener Mensch hat fünf bis sechs Liter Blut. Die Bestandteile des Blutes Drei Blutkörperchen Drei Blutkörperchen Die roten Blutkörperchen Erythrozyten Transportieren Sauerstoff Die weißen Blutkörperchen Leukozyten Vernichten Vernichten Krankheitserreger Die Blutplätchen Thrombozyten Sorgen für Wundverschluss Diagnostik Beispiele Körperliche Untersuchung Blutuntersuchung Elektrocardiographie E.K.G.